Wir schauen noch auf die Fußball-Bundesliga, 12. Spieltag, das Freitagspiel. Die Bayern haben nach ihrem 1-0-Sieg beim 1. FC Köln zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung übernommen. Der entscheidende Treffer gelang Harry Kane in der 20. Minute und der Britische stellte damit einen neuen Rekord mit 18 Ligatoren in 12 Spielen aus. Außerdem gab es eine Premiere, damit der Videoassistent einen noch besseren Überblick bekommt, saß erstmalig ein Ex-Profispieler mit im Kölner Kamerakeller. Es war der ehemalige Stürmer Sebastian Kneißel. Untertitelung des ZDF, 2020